So, wir kommen jetzt, also nachdem jetzt sozusagen die eine lebensbedrohliche Aufgabe gelöst wurde, kommen wir jetzt zu etwas anderem, ähnlich Spannendem, nämlich Politik und nicht Kunst, was man vermuten könnte, wenn man den Namen Da-Da-Da-Demo hört, von Jannis, Joris, Anna, Clara, Hannah und Lukas. Herzlich willkommen. Ja, hallo, wir sind, wie gesagt, Da-Da-Da-Demo. Bei uns geht es um Demonstrationen im echten Leben. Wie gesagt, man kann mit Code die Welt verbessern, aber manchmal reicht eben nicht nur Code. Und deswegen haben wir Code dafür geschrieben, dass man die Welt verbessern kann. Naja, auf jeden Fall, ja, wir wollen eine Plattform für den Austausch über Demonstrationen, oder haben wir eine gemacht. Und Hannah erklärt euch erstmal, was überhaupt unsere Problemstellung war. Also, das Problem war halt, dass es oft viele coole Demos gibt, von denen man nicht so leicht erfahren kann. Und das liegt zum Teil auch daran, dass Demos auf vielen verschiedenen sozialen Netzwerken besprochen werden und es halt schwer ist, über das alles einen Überblick zu behalten. Und deshalb hatten wir halt eine Idee, um das zu lösen. Und davon erzählt euch jetzt Lukas. Okay, gut. Also, auf der Webseite kann man, oder auf der Web-App kann man Demos erstellen, wenn man eine veranstalten möchte. Man muss die aber anmelden, das ist nicht unsere Aufgabe. Und außerdem kann man natürlich welche finden, wenn man gerne auf Demos geht, um Leute zu treffen oder gegen etwas vorzugehen. Und man kann auch nach Interessen suchen, man kann durch Kategorien suchen, man kann durch Orte auf bestimmte Events kommen und man kann dann auch teilnehmen natürlich. Und das sind dann die Grundfunktionen der Webseite. Und man hat allgemein eine schöne Übersicht. Und genau. Dann erzählt euch jetzt der Janis, wie das Ganze funktioniert. Genau, also, wie ihr schon gehört habt, ist das Ganze eine Website und dementsprechend auch mit JavaScript, HTML und CSS umgesetzt. Und ja, für die Leute, die ein bisschen mehr interessiert sind, jetzt noch ein bisschen Technobubble. Also, im Hintergrund als Backend läuft ein Meteor mit Mongo als Datenbank. Für die UI-Elemente benutzen wir ein Bootstrap mit einem Theme. Und ja, genau, als Rendering-Engine Blaze. Genau, so. Und durch eine kleine Demo wird euch jetzt Clara führen. Genau, also wir haben die Website geschrieben, wofür Anna und ich dann gestern HTML gelernt haben. War interessant. Also, wie man sehen kann, haben wir verschiedene Login-Bereiche. Einmal rechts oben der Login für die Menschen, die bereits ein Konto haben. Und dann unten das für die Leute, die noch kein Konto haben und sich erst registrieren müssen. Sobald man sich registriert bzw. angemeldet ist, sieht man dann Demos, die man entdeckt und die einem gefallen könnten. Wir haben jetzt ein paar Beispiel-Demos erstellt. Mein persönlicher Favorit ist natürlich der mit den Einhörnern. Also, wir setzen uns für Einhörner ein, damit sie nicht aussterben. Die sehen wir gleich hier, weil Einhörner sind wichtig. Sie sind flauschig und knuffig. Abgesehen davon kann man natürlich auch neue Demos erstellen. Es ist relativ einfach. Man braucht eigentlich nur eine Dame. Da wir uns diesmal für die Mate einsetzen, also gegen den begrenzten Mate-Verkauf bei Jugendhacks ist das auch der Name. Und ja, man muss die Demo nur kurz beschreiben und dann ist das eigentlich gleich fertig. Genau. Und Anna sagt euch noch ein paar Features, die wir noch zusätzlich eingebaut haben. Also, zusätzlich dazu haben wir noch die persönliche Startseite. Da sind auch, also in der Nähe, also man kann nach Orten suchen und wenn man einen Ort hat, dann werden einem immer die nächsten Demos angezeigt. Wir haben ein paar Kategorien gemacht, nach denen man auch suchen kann. Und wir haben es jetzt mal grob nach Bundesländern gemacht. Das ist für Bayern natürlich ein bisschen überflüssig, weil Bayern ein bisschen groß ist. Aber es funktioniert. Okay. Also, wir wollen noch ein Dankeschön an Jungen Heck aussagen, dass wir das machen konnten und dass es uns ermöglicht wurde. Und an Leo, der jetzt hier irgendwo sitzt und ich weiß nicht wo, der uns HTML beigebracht hat. Ein Applaus für Leo. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Einmal, falls ihr Probleme habt, zu welcher Demo gehen sollt, wisst ihr jetzt Bescheid, wo ihr gucken könnt. Vielen Dank an DaDaDaDemo.